hallo leute hier ist euer sexy und wir zucken weiter mit borderlands 4 oder was nein was glaube ich mit fallout 4 so rum so und jetzt wir sind irgendwie unten kanalisation wir sind im bolt letzte folge wird 181 81 mir heute total bewährt und jetzt suchen wir den 1 sonnen welches hat verloren weil sitzt wie ihr sitzt scheiße aus und das heißt richtig das heißt monster gewöhnliche monsters gibt es hier also vor jetzt nehme ich gerne hallo 1 0 fünf schuss moment was mir passen nicht irgendwie habe gefühl 308 ich habe schon gedacht dass diese zwei waffen die pisse und diese jack gewehr haben die gleiche munition die haben nicht gott sei dank dafür ja gewinn will ich noch sniper machen sieg dich Oh, was haben wir da? Das habe ich gebraucht und oh hier sind auch Patronen nix da ist auch nix Oh, wer hat ein Hack? Ok, aha, interessiert mich nicht, das interessiert mich auch nicht Oh Woh Woh Leider ist Was ist das? Woh 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 wir haben keine jahre gut zu wissen so endlich meine güte löffel das brauche ich nicht leer 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 wo ist du okay suche ich nur durch ja besen ich bin nicht gegen den ganzen müll auch nicht machen wir noch mal es ist viel näher jobs auch nicht das auch nicht nein ob es was ich habe ich gedruckt ja geil oh das ist niemand da aber gleich wird kommen jemand raus 100 pro okay das war mir bei mir für mich merkwürdig wieso der ist tot dort 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 schnauze mein gottes im aufrufen haben die hat kein hobbys ja die haben keine hobbys und manchmal genau anschauen weil ich sonst finde man so gute waffen sachen ja schon ist das runter auch nicht schlechte idee okay ich weiß nur nicht was ich tun soll ich auch noch zu tun hier bleibt bei uns um keine meldungen zu verpassen städter ich weiß nicht ich weiß nicht wenn du Und hast du was für mich? Nein, nichts. Oh, irgendwie Gorken. Wow, wow. KILLERHUND! Ein KILLERHUND habe ich ja live bei mir. Äh, ja. Noch 5 Schüsse habe ich. Oh, wie schnell ist der? Eigentlich ist der gut her als bei mir. Ja. Ja, ist gut. Eigentlich brauchen wir ein bisschen Zeit. Wir hören Radio Freedom. Alles ruhig hier. Bleib bei uns um keine Meldungen für die Minuten zu verpassen. Okay. Aber das ist abartig. Leck mich am Arsch. Auf einmal bei mir. Ja, LOL. Blitz. Maulwurf. Tschüss. 2, 1, 0. Ne, der ist zu teuer. Zu wertvoll. Aber zu wenig. Ah, komm. Kann man nachfragen? Ist okay. Keine Meldungen. Wir halten euch auf dem Lauf. Warte. Hund für Hund. Für das. Es liegen keine Meldungen vor. Passt auf euch auf, Leute. Ja. Da. Du, deu, deu, due, ka, uu. Alda, gimm mir den Langzeit auf식ift, diese Musik. What the f*** is des! alter der war auch heftig manchmal wofür sind das schon auch heftig wie ich sehe scheiße blut das ist nämlich selbst zu da militär eine rakette blut ok jetzt haben wir blut genug ja sowas haben hier klippwand klippwand schlüssel doch nicht und weiter geht's das mir hier war war mir oder Ja? Hä? Das ist das? War schon das? Ah! Aha! 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 Scheiße! Komm! Nochmal! Bitte antworten! 16 Uhr, ihr hört das Minuteman Radio. Alles ruhig, so wie wir es spielen. Lasst auf euch auf, Leute! Also, äh, was ich mache jetzt in der Etappe, dass... Die Radio geht mir auf, das haben wir hoch zwei. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir aus. Äh... Für eine Heilmittel. Ich glaube, dass ich das hier... Das nehme ich weg. Ah! Ja! Auf andere Seite... Ich habe wahrscheinlich das verpasst. Moment mal! Ja! Ach du Scheiße! Jetzt muss ich knacken! was ist das? blumen jetzt aber das gibt es noch was soll ich würde sagen das war's wenn hat diese folge gefallen vergessen nicht abo nach oben machen und wenn wollte ja keine weitere folgen verpasst und dann werde ich hier wieder abonnieren bis nächstes mal tschüss